So, lass uns das Video nennen, wir planen in Ultrafraker und erzählen mir nur, was wir planen, also das gleiche, wie machen wir das machen, jetzt erst mal das drehen, 3, 2, 1, hallo, jetzt halt's Maul, jetzt mach, ich hab keinen Fall, entspannt, 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen bei WatchFinal und heute geht's im Black Widow, den haben wir, wieso muss ich lachen, wenn du lachst, ich lache noch nicht mal, ich muss jetzt nur lachen, wie das passiert, das ist wie so ein random, hehehe, jetzt mach mal, ich hab keinen Bock mehr, danke, du, neue Schule, wört nichts, ich hab keinen Bock drauf, red nicht super, also so, okay, bist du ernst? Ja. 3, 2, 1, hallo und herzlich willkommen bei WatchTime. Hahahaha, Witz, Sven! Was ist mit dir? Ja, herzlich willkommen bei WatchTime. Hahahaha, ich hab gar nicht gesagt. So, jetzt, 3, bist du ernst, Ruhig? Ja, ey, ich bin die ganze Zeit ernst, du lachst dir bei jeder Scheiße. Ja, ich hab's halt die Hand drauf. Ja. 3, 2, 1, hallo und herzlich willkommen bei WatchTime und im heutigen Video geht's um Black Widow. Wir haben ihn nämlich im Kino geguckt und werden euch jetzt... Oh, Mann. Und der Channel ist dumm. Und der Channel ist dumm. Und der Channel ist dumm. Warum? Ja, weil wir... Das ist... Wir müssen mal eine Compilation machen und jede failed Start von WatchTime. Dann wären wir locker schon bei 100. Das Ding ist, WatchTime ist so geil und wir versauen es, weil wir einfach lästige Personen sind. Okay, wir machen das ab jetzt hier. Klatsch, 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 watchtime und jetzt geht's los. 3, 2, 1... Hallo und herzlich willkommen bei WatchTime und... Hahahaha, ich lasse jetzt weiter und dann ist es real. Los. 3, 2, 1... Hallo und herzlich willkommen bei WatchTime und im... Ich war nicht der Erste, der jetzt gelacht nach dem Count. Das ist doch unfair... 4, bababam, los. Okay. 3, 2, 1... Hallo und herzlich willkommen bei WatchTime... Und im heutigen Video geht's um Black Widow. Wir haben den im Kino geguckt und es ist wirklich ein nicer Film. Hahahaha! Hahahaha! facility! Was ist passiert? Und dann werden wir im Kino gucken, also Berlin. Das ist auch der Helm. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wieso versaut unsere lästige Person das? Jetzt obwohl dieser Channel ist das Geilste. Nur wir sind uns versaut. Wir sind so dumm. Okay. Geil. Schickt mir mal das Video. Ich will das per FML-Buchladen. Oder auf jeden Fall reichen ein Swatch-Time-Fails, die man sich angucken kann. Schickt mir das mal. Lass mal jetzt rein. Jetzt komm, lass mal vom Reel. Schickt mir einfach das Video bitte. 3 Bist du real? Rede mal real kurz. Ja, ich bin jetzt irgendwo drin. Gut. 3 2 3 Ja, das ist vorbei. Ich bin immer beruhigt. Aber wenn wir dann reden und diese Kamera, und diese Proteste, dann komm ich gleich hin. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 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 6 5 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